Herzlich willkommen zurück beim Netnavigator heute zu einem neuen Video von New Hong Kong Story. Und heute, wie bereits angekündigt, geht es um die Fertigkeiten. Am Anfang deiner Schauspielkarriere stehen dir 200 Fertigkeitspunkte zur Verfügung, die du dann nach Belieben auf die Fertigkeiten legen kannst. Die Fertigkeiten repräsentieren in New Hong Kong Story, wie gut sich dein Charakter bereits auf einem speziellen Gebiet auskennt. Als Beispiele sind hier zum Beispiel zum Nennen Extremsport, Sprachen, Sinneschärfe, Elektronik und Computer oder Bote lenken. Alles, was ein Schauspieler braucht. Um Fertigkeiten in New Hong Kong Story zu erlernen bzw. zu steigern, musst du dann diese Fertigkeitspunkte ausgeben bzw. im weiteren Verlauf deiner Schauspielkarriere dann die Starroom-Punkte für Fertigkeitspunkte eintauschen. Um eine Fertigkeit in New Hong Kong Story steigern zu können, musst du den Basiswert beachten, den diese Fertigkeit hat. Nehmen wir beispielsweise Sprachen. Sprachen hat einen Basiswert von 1. Das heißt, um es auf die erste Stufe zu bringen bzw. zu erlernen, kostet es dich einen Basispunkt plus einen Fertigkeitenpunkt. Die zweite Stufe kostet dich dann einen Basispunkt plus zwei Fertigkeitenpunkte und die dritte Stufe beispielsweise, wenn du es auf 3 bringen willst, einen plus 3. Das heißt, du zählst jetzt alle zusammen, insgesamt was du brauchst. Hier als Beispiel wären es bei Sprachen dann 9 Punkte. Was jetzt aber an dieser Stelle noch wichtig ist und was ich auch gut finde im System ist, dass du deine Fertigkeitspunkte nicht zwingend gleich ausgeben musst. Das heißt, du kannst dich sozusagen wie ein Pool auf die Seite legen und sagen, ich will jetzt warten auf Charakter-Development, bis mein Schauspieler irgendwas Spezielles erlernt hat. Und dann sage ich, hey, ich muss jetzt noch eine Sprache lernen, weil ich in dem und dem Film oder in der und der Serie gesehen habe. Das funktioniert nicht so, wie mein Charakter das will. Ich muss ihn steigern in diese Richtung. Wie wendet man jetzt aber Fertigkeiten in der New Hong Kong Story an? Zu jeder Fertigkeit ist ein oder mehrere Attribute angegeben, auf die dieser Fertigkeit läuft. Wieso sind jetzt aber bei manchen Fertigkeiten zwei Attribute angegeben? Ja, da hat man nämlich dem Regisseur dann ein bisschen an Verantwortung aufgelegt. Nämlich er kann entscheiden, welches Attribut er bei solchen Fertigkeiten zum Beispiel einschüchtern und überreden verwenden will. Wenn du feststellen willst, ob das Anwenden einer Fertigkeit funktioniert für deinen Schauspieler, musst du zuerst den Fertigkeitswert festlegen. Dieser setzt sich zusammen aus dem Attribut, das bei der Fertigkeit dabei steht und der Fertigkeitsstufe. Danach würfelst du ein W20 und musst unter die Summe kommen, damit du einen Erfolg hast. Und hier gibt es in der New Hong Kong Story dann auch kritische Erfolge. Diese treten nämlich ein, wenn du auf den Fertigkeitswurf eine Eins oder eine Zwei würfelst. Der Gegenpart zum kritischen Erfolg darf natürlich auch nicht fehlen. Der Patzer, der passiert, wenn du eine 19 oder 20 würfelst auf deinen Fertigkeitswurf. Aber wenn du jetzt schlecht gewürfelt hast und dein Schauspieler den Fertigkeitswurf nicht schafft, heißt es nicht, dass er brachial gescheitert ist und die Sache komplett erledigt ist. Vielleicht fehlen dir nur wenige Punkte auf den Erfolgswert, den du gebraucht hättest und deswegen kann der Regisseur sagen, okay, das war ein Teilerfolg und du kriegst zum Beispiel, wenn du nach Informationen suchst, nur spezielle Informationen oder einen kleinen Teil der Informationen, musst du dir da selbst einen Reim daraus machen, aus dem, was du erfahren hast. Oder beispielsweise, du stehst vor einer Tür und hast versucht, diese aufzutreten, hast es aber nicht geschafft und der Regisseur sagt, okay, du kannst es halt öfter probieren und dann kann er dir beispielsweise bei jedem Wurf einen Malus von minus zwei nochmal draufgeben. Der Regisseur hat in New Hong Kong Story da auch bei den Fertigkeiten eine relativ große Rolle, weil er kann Mali und Boni erlassen für die Fertigkeitswürfe, die die Schauspieler jetzt zu erledigen haben. Beispielsweise, wenn es um soziale Interaktion geht und der Schauspieler ist so in seiner Rolle drin, dass er mit dem Regisseur redet die ganze Zeit und sie eine schöne Interaktion haben, dass der Regisseur dann sagt, okay, er kriegt einen Bonus auf den Wurf. Oder wenn irgendetwas gar nicht funktioniert oder bestimmte Geschehnisse die Fertigkeit erschweren, dann kann man auch Mali darauf bekommen. Zum Schluss sind natürlich noch zwei Fragen offen. Zum einen kann ich Fertigkeiten einsetzen, wenn ich keine Punkte draufgelegt habe. Und zum anderen gibt es Fertigkeiten, die vielleicht mit einer speziellen Rolle verknüpft sind, die mir der Regisseur dann nur für diesen Film gibt. Zum ersten Mal, ja, du kannst doch Fertigkeiten würfeln, wenn du keine Punkte drauf hast, nur wird das Ganze dann um einiges schwerer, weil du dann nur den Attributswert hast und unter diesen Attributswert würfeln musst, um den Fertigkeitswurf zu schaffen. Fertigkeiten durch Filmrollen auf der anderen Seite sind ebenso gegeben. Hier kann der Regisseur sich beispielsweise irgendwelche Fertigkeiten ausdenken, wenn er jetzt auf dem Charaktersheet von New Hong Kong Story keine hat, die er gerade braucht für diesen speziellen Film, den er drehen will. Oder er gibt dir welche in gesteigerter Form, die du gerade für diesen Film brauchst, die du danach dann halt wieder runtersteigerst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin möglichst gesund und die Würfel fallen ebenso möglichst günstig für euch und wir sehen uns bald zu einem neuen Video wieder.